ok so hallo und herzlich willkommen bei einer runde mit mir und benny auf jeden fall heißt es mit mir wir landen dieses mal unten im airfield wir haben mal wieder lust ob stacheldrahtzaun in the morning direkt mal wieder anders rein zu gehen wo nicht genug platz weiß man es war euch ja alles und rucksack brauche jetzt mal ob man schon da draußen das war ja kurz vergnügen wo ist ein rucksack stelle nur mal erkennen sich ja mit aus ja jetzt mittlerweile also mal endlich aus wo ist denn jetzt hier mal ein rucksack nein ja hier ist ein rucksack ein einsatz naja und besser als kleiner ja da ist eine weste m79 damit und einmal rauch dann brauche ich mir die rauchgranate und zwei rucksack ok schmutz aber ist noch nicht achter scope leuchtsignalpistole die nämlich erstmal mit ich weiß nicht was gibt es denn dafür steht das irgendwo was ist da dann was dann runter kommt nein den m79 muss ich mir halt nicht im pingen ein bisschen vom haus weg sonst habe ich gleich mal okay ich habe mal den m79 jetzt gleich wieder ich brauche noch eine m416 oder so hier eine auge das ist ja schon mal so so wo habe ich denn jetzt hier lange habe ich denn jetzt das ding war das nicht ist doch noch da oben nein ich meine was so mein habe ich denn ich hier bin ich jetzt meine gute toni halt haben sollen das merkt ja ein auto runterkommt ja es kann sein tony kann sich nicht einmal merken wo er was abgelegt hat ich brauche das mit einem k2 und das hier unterzubringen so hier habe ich das mein gott alter wo ich denn die m79 diesen granatwerfer denn jetzt schon wieder hingelegt weil weißt du was da kommt also ich vermute auto aber ich bin mir nicht ja da kommen panzer wagen ich hole ihn einfach mal ja da habe ich habe ich ihn dahin der schild hält aber viel aus nein was habe ich denn alles und jetzt habe ich die granate natürlich auch noch mit ne komm ja weg damit dann habe ich das ding jetzt eben nicht dabei geht nicht ne jetzt geht's okay da haben wir ein panzer wagen aber ich habe noch nicht so wirklich und das erstmal rüberfahren damit würde ich auch sagen schlechte bremsen rechts lang war jetzt mal hier hier lang minenfeld wurde in dieser minen dinger ausgezeichnet ausgeschildert ja dann fangen wir erstmal rüber hier würde ich sagen ist hier noch was drin ich brauche nämlich nur ich will nur gucken ob hier eine andere hier ist eine slr guck mal da da habe ich doch schon mal was was ich direkt gebrauchen kann ich habe ein visier also ok top dmr so junge meiner geilen schlange auf das seite passen wir hier durch bernie passt und die erdebar und spritverbrauch wenn ich höre ich war ja auch mit nitro also mit boost quasi aber jetzt nicht ich war mal ohne co wie langsam der ist ist vollgas wo wir noch rein na ja wir fahren durch au ja geht klar langsam nähert sich das eichhörnchen den krieg ja wenn jetzt jemand vor uns ist können ja gerne auf uns schießen ich guckte uns eigentlich nicht ne eigentlich nicht guck mal wie unsere da drin sitzen sag mal geht mein eco perspektive haben wir überhaupt einen sitz wir haben keinen sitz nicht hallo doch das ist ein mini sitz achso wenn du von außen naja zumindest hinten sehe ich die mini sitze können wir hier tanken trago noch fliege ich den noch und dreier rucksack nice ich tank mal guck mal geht das hier ne kann ich nicht oder kann man hier an der tankstelle tanken oder was kann man nicht tanken was ich hier noch wenn uns vorher dämpfer ne man kann nicht tanken ok dann fahren wir weiter naja ich hab noch geguckt ob das sprit rumstehen liegt aber das auch nicht wär auch nicht schlecht ne auch sprit rumliegen würde ja oh warte weiter oh ja kreis gedrückt ja ja wir sind wir bleiben vielleicht außerhalb ne doch das erde und gang naja jetzt aber man bringt auch nicht mehr viel ja habe ich auch gesehen wir sind drüber gefahren da oben ja ja ok wir fahren richtung shelter hier vorne ja können wir auch zu shelter fahren oder hier zum haus noch willst du noch ausgucken na komm wir gucken noch schnell die häuser bevor die gleich hören wir hier steps i hope nicht i hope nicht ja hier ist gut da haben wir schon eine roter griff haben wir auch schmerzmittel wichtig nichts in der toilette hier haben wir noch erste hilfe brauchen wir noch vier vier fünf zwei oh gott ja das ist auch ein bisschen viel ne hier auch geht meine ich doch schnell zugriff ja muss ich jetzt schon mitnehmen ne ich habe sonst keins keiner weiter das magazin sechsfach scope für dich liegt hier oben war bei dir noch irgendwas ne war bei dir noch irgendwas war die pistole runtergelegt wo lag das jetzt auf ping ja auf ping wir machen die kiste keine sprit verbrauchen hier ja ich habe auch keins davon ich habe nur einen schnell zugriff fehlt mir irgendwie fällt mir das auch gehen wir hier noch mal rein ich lasse dich hier raus wenn er nachlebt kannst du raus oder jetzt von links kommen noch schüsse irgendwo ist wieder drin ne ok komm her ihr wollt das so ihr könnt das so haben woher denn da hinterm stein ja beim stein ich sehen ja ich sehen du hast es so gewollt du kriegst es so ja da lad man erstmal nach dumm dösel dumm sagt du dösel gab nicht mal irgendwie pfff weil der ding ist so robust hier zerschmettert die leichen sofort schelter nochmal rein da haben wir bestimmt ein erweitertes magazin wenn da nicht noch spieler sind oder ich hoffe die klauen uns nicht gleich den panzer wagen das sind natürlich noch schlimmer da oben beim stein hier bei diesen steinen oder was war das ach das ist in die bäume witzig hier wird aber jetzt nichts von hinten kommen erweitertes magazin schmerzmittel bradpfanne brauche nur erweitertes magazin oder eine m416 ich habe ja auch was erweitertes für das für die slr ja steppes über uns renn weiter haben noch ein erweitertes ist egal nämlich das erstmal mit m416 hast du hier nicht gefunden ne nein okay über mir waren gerade steps benni wir müssen hoch wieder ja gehen wir wieder zum panzerwagen würde ich sagen oder ja da mache ich das jetzt mit der auge okay ich will doch noch vorne ein aufsatz naja scheiß drauf panzerwagen wir kommen oh ich dachte er wäre weg also ich dachte echt er wäre weg ja 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 hau doch mal energy rein oder ein schmerzmittel ah ne warte die mache ich ich mache jetzt mal ihn hier zum heilen können wir noch ein platt fahren wir haben ja nicht mehr viel sprit ne nö schön wäre wenn wir noch so ein kanister finden würden auf hier hinter uns haben wir haben ja habe ich auch gerade gesehen da auch hier der ist noch ach ja gehen ja auch noch war hier oben nicht einer da links ja sehr schön vor mich gestellt ja habe ich mit absicht gemacht unten war noch einer da hinten links geradeaus wo hier war doch gerade einer oder nicht naja rechts ist auf jeden fall jetzt einer da ja tony da ich kenne tony das war das team ja nicht kreis drücken wir brauchen benzin kanister bernie hier sind türen offen warte mit aussteigen ist da was drin guck mal da rein ich sehe nichts ich auch nicht ok dann guck mal nach einem benzin kanister ich bleib drin sitzen ja ich halte mal draußen so ein bisschen das im blick oder nach einer m416 noch also ich bin ehrlich hätte auch bock mich hinten rein zu setzen und dann hier zu warten bis dann einsteigt ich habe auf einen habe ich genockt also da den ich da anschließend siehst du das ok der andere der ist hinter dem stein das ist glaube ich könnte ein spieler sein sah danach aus ne der ist auch tot ok ok oh 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 schüsse von 332 wenn der mich sieht dann muss er da irgendwo unter dem wo sah du hast jetzt nichts gefunden von den sachen ne kein sprit scheiße was in allem wo hast du ihn ok schön noch mal komm rein schalli 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 von vorne oben direkt über uns 75 oben reicht der sprit noch oder ist das unser tod der ist zum haus gelaufen meine ich da kommt doch was runter guck mal ein bisschen rechts hier ist es gleich leer ne oh oh ist in irgendeinem haus ja oder beim drop ich komme beim drop hier oben ist auch noch ein drop wenn ich jetzt in zwei drops das ist nichts warte mal leise 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 ja der hat hier schon gewechselt der dpp 90 der spieler läufst du ich lauf ja ich geht zum anderen drop ich habe eine dreier rüstung awm dann hier wo ist dann hier wo ist ich glaube der ist vor mir in dem roten oder bin ich das ne ne in dem ja ich meinte auch dass er da drin eingegangen wäre ich sehe aber nichts man hört den steppen ganz da hinten ist eine blauzonen granate alter scheiße ich war gerade in dem ok das ist nicht gut suche eine neue rüstung in dem haus oder helm der war der war läuft da draußen läuft noch im haus der ist draußen ja ist hinten weg ja habe ihn getroffen hast du gesehen wohin ist die zone kommt benni scheiße da war noch ein spieler jetzt kann er los sein ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht benni da habe ich war das auf der 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 war nicht genug der war noch oben der war ins den tod der war ins den tod ok panzerwagen hat kaum noch sprit ja ich weiß ich den panzerwagen mit kaum noch sprit hier läuft was von mir hier links links jawohl das war der letzte und ich habe die awm nicht mal ausprobieren können naja ok können wir das auch mal machen nice dann äh leute das war äh eine gute rune danke fürs zu sehen tschüss 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 bis zum nächsten mal lass gerne ein like da ha 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 haut rein tschau tschau tschüss tschüss tschüss